Ach du Scheiße, geht? Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch Clips reinschneiden, die ich in den letzten Monaten, sagen wir mal, gesammelt habe, in denen ich meine Home Trails fahre. Hier seht ihr jetzt erst einmal den Uphill, also wie ich hochfahre und dann seht ihr jetzt auch gleich, wie ich die Trails runterfahre. Ich wünsche euch übrigens sehr viel Spaß mit dem folgenden Video. Los geht's. Nächster Monat. Es ist ein Richtigesmarsch. Der Unterschied ist die DNA ab. Es ist ein Richtigesmarsch. Ja, ich bin ein Richtigesmarsch. Das ist gut. Let's go. 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 Let's go.